Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um eine Produktvorstellung von Peak Design und zwar um den Kameragurt Slide, den mir Peak Design für diesen Test freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an dieser Stelle und der Disclaimer gleich hinterher. Es gibt keine Absprache, was Meinung betrifft oder positive Aspekte oder negative Dinge. Ich darf sagen, was ich möchte. Geliefert wird das Ganze hier in dieser Verpackung. Ihr könnt das, glaube ich, sehen und die ist schon ziemlich schick. Hier so magnetisch mit so einer Tür, die man öffnen kann und drin befindet sich dann bereits der Gurt. Habe ich jetzt schon ausgepackt. Hier ein kleines Quick Menü, was es also zum Gurt alles Wissenswertes noch zu erwähnen gibt und innen drin der Gurt selbst. An der Seite noch die Erwähnung, was alles mitgeliefert wird. Also der Gurt. Vier Pins und hier noch so eine kleine Schelle für die Kamera unten dran. Da kommen wir gleich noch dazu, weil das ist ziemlich besonders. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und jetzt siehst du auch gleich Verwendungsbeispiele, wie du und wo du die Kamera anbringen kannst. Und ich muss ja sagen, Peak Design nutze ich seit Jahren. Also hier an meiner Canon, das kann ich euch zeigen, nutze ich seit Jahren die Peak Design Pins. Also ich weiß gar nicht wie lang, auf jeden Fall, ich glaube zehn Jahre, acht Jahre, schon ziemlich lange. Und offensichtlich habe ich Vertrauen darin. Offensichtlich nutze ich sie auch sehr gerne, denn sobald sie etwas abgenutzt sind, tausche ich sie aus und ich mache quasi direkt weiter. Und ich benutze sie bislang auch, wo ist er gleich? Halt, wo habe ich ihn hingelegt? Genau, hier. Mit einem Kameragurt. Und ihr seht das hier, die Vorrichtung. Also all the time, wenn ich für Kunden unterwegs bin, wenn ich die Kamera längere Zeit bei mir trage, dann habe ich in der Regel diesen Gurt dran. Gerade wenn es ein bisschen hektisch ist, ich ohne Rucksack unterwegs bin, aber nur die Kamera quasi dabei brauche, dann ist in der Regel der Gurt an der Canon und mit diesem Peak Design dran. Und ich mochte das schon immer, dass ich den Gurt abmachen kann. Also wenn ich Shots habe, die schwierig sind, wo ich jetzt auch keinen Gurt dran haben möchte, dann kann ich einfach abklipsen und ich muss ja keinen Gurt irgendwie rausfriemeln oder Ewigkeiten herausbasteln, rausschälen, sondern ich habe den Kameragurt in zwei Handgriffen abmontiert und genauso schnell wieder drauf. Und das ist schon ziemlich gut. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal installiert habe, war ich ein bisschen skeptisch, ob denn diese kleinen Helfer überhaupt die Kamera und dieses schwere Gewicht halten können. Und ja, offensichtlich können sie das. Und dieser hier, der ist jetzt schon ein bisschen älter da dran ist und der hält immer noch und das passt einfach. Also es ist wirklich ein sehr gutes und durchdachtes System. Mitgeliefert wird, wie gesagt, das System von den vier Pins. Nicht zwei, vier. Und auch hier unten, ich kann es mal zeigen, dieser Pin, der diese kleine Stativstelle oder Platte dran hat, wo du den Pin auf einer der beiden Seiten befestigen kannst und eben unten an der Kamera. Und jetzt kommt's, das ist eigentlich die Besonderheit für diesen Gurt auch. Du kannst jetzt hergehen und dir die Kamera, ich drehe das mal um, und die Kamera an diesem Gurt befestigen. Hier ist das gute Stück. So sieht er aus. Das heißt, wir liegen mit ihm hier drum. Dann sagt die Kamera, kommt hier oben rein, den ersten Pin und hier unten in den zweiten Pin. Ja, so dran. Und das ist ziemlich cool, dass ich die Kamera nicht nur klar befestigt um den Hals hängen habe, sondern, ihr seht das hier auch, die Kamera wird hier unten dran befestigt, auf der anderen Seite, also dort, wo ich meine Hand habe. Und das kannst du dir auch umstellen, aber ich finde das so als Rechtshänder, auch so als Rechtsträger, finde ich das durchaus praktisch, weil, wenn ich die Kamera zur Seite lege, dann spielt es erstmal keine Rolle, auf welcher Seite sie aufgehangen ist. Aber sobald ich die Kamera brauche, greife ich quasi nach rechts zur Seite und ich habe keinen lästigen Kameragurt, der hier drüber geht, wo ich quasi die Hand auf den Gurt vielleicht versehentlich legen könnte. Ich habe kein gutes Handling dann mit der Kamera oder es stört mich oder ich muss kurz drunter greifen, drüber greifen, Gurt zur Seite machen, Gurt abmachen. Die Seite ist immer frei. Das heißt, der Griff mit Speicherkarte, Akku und generell zur Bedienung liegt frei und ich kann die Kamera trotz dessen wunderbar hier runterhängen lassen und wenn ich sie brauche, greife ich eben hin, ziehe sie hoch und kann fotografieren, also wie ich das eben möchte. Und ich kann mir das Ganze sehr schnell und spontan noch mal einstellen. Hier gibt es auch diesen Hebel, mit dem ich den Gurt quasi festzurren kann, bis hier hoch. Das rastet auch wirklich satt ein, muss ich sagen. Oder eben hier runterziehen und den Gurt deutlich erweitern, wenn es ein bisschen weiter sein muss oder den einfach ein bisschen weiter runterhängen lassen möchtest. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hatte das nie auf dem Schirm, dass einfach nur die Verlagerung von hier oben auf hier unten so einen Vorteil bringen könnte. Und also ich muss sagen, das werde ich auf jeden Fall nächste Zeit noch mal ausprobieren, inwieweit sich das rentiert in der Praxis. Aber jetzt nur so in den ersten Momenten für den ersten Eindruck, muss ich sagen, das fühlt sich gut durchdacht an und fühlt sich wirklich auch so an, dass ich sage, ja, es macht Sinn, so ranzugehen, weil natürlich möchte ich die Kamera hier anpacken. Und im Zweifel habe ich ja hier noch diesen Pin dran. Das heißt, wenn ich sage, das stört mich doch hier unten, warum auch immer, on location, dann mache ich es einfach hier ab und kann mir den Gurt auch ganz bequem hier oben dran legen. Und dann ist er quasi so befestigt wie mein bisheriger Gurt. Und ich kann die Kamera auch so runterhängen lassen. Und natürlich kann ich ihn auch so anpacken. Aber eben, ihr seht das hier, ja, also wen das stört so im Handling. Manchmal ertappe ich mich schon dabei, dass mich das irgendwie verrückt macht, on location, wenn es ein bisschen stressig ist und ich quasi mich auf die Arbeit fokussiere, dann kann das schon mal schnell nerven oder stören. Oder wenn du aus Versehen so packst, dann gehst du erst hier rum und das kann im Moment schon weg sein. Gerade in der Hochzeitsfotografie oder generell Reportage und Filmerei. Und da ist es schon gut, wenn das frei ist und du die Hand hier drauflegen kannst und legst los. Oder mal schnell noch hier was wechseln, hier reinschauen, Einstellungen anschauen. Ich habe das bislang, wie gesagt, unterschätzt, aber das kann natürlich in der Praxis bei dir ganz anders sein. Mich würde interessieren, ob du so ein Gurt-System bereits schon nutzt. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Und wie du diese Aufhängung hier unten findest, ob du der Meinung bist, das ist was Gutes, das könnte man durchaus sinnvoll einsetzen. Schreib mir das bitte auch mal gerne in die Kommentare zu diesem Video, das würde mich sehr interessieren. Aber natürlich kannst du den Kameragurt nicht nur fester stellen oder hier dran pinnen, sondern du kannst ihn natürlich auch sehr bequem tragen. Ich zeige euch das auch mal hier. Weil das ist ja so ein bisschen das Manko der Kameragurte. Also wer sich eine Kamera kauft und benutzt den Kamerahersteller eigenen Gurt, da muss ich auch mal sagen, die sind ja halt immer schlecht, oder? Also ich weiß nicht, wer den gern benutzt. In der Regel sind die zu dünn, die schneiden auch eingefühlt, die Rente sind auch meistens nicht so sauber verarbeitet. Also ich hatte das Gefühl, bislang, egal welchen Kamerahersteller ich bislang hatte, die Kameragurte waren einfach schlecht. Und die habe ich nie benutzt, die habe ich in der Verpackung meistens gelassen und habe sie dann einfach in den Schrank gelegt und einfach nicht weiter angeschaut. Aber dieser hier, der ist schon was anderes. Also der fasst sich an wie so ein Autogurt schon fast. Hier in der Mitte nochmal deutlich verstärkt, aber auch sehr schön gepolstert. Hat hier innen drin nochmal so kleine Noppen, die das Ganze quasi abstoppen. Wenn er jetzt um deinen Hals hier drum hängt und quasi die Kamera zur Seite rutschen möchte, geht das nicht so einfach, weil das Ganze abstoppt. Und er ist vor allen Dingen sehr schön breit und wirklich schmeichelhaft auf der Haut, sodass ich sage, ja, damit kann ich mir vorstellen, auch wirklich längere Zeit rumzulaufen und den Gurt um den Hals hängen zu haben, an der Schulter hängen zu haben. Wobei Schulter ein bisschen unproblematisch ist. Meistens hast du dort irgendwie Kleidung drüber und dann geht das meistens, egal was für ein Gurt. Aber spätestens auf der Haut und am Hals ist das dann zumindest bei mir immer so ein Thema. Und dann mag ich es dann gern weich, gerade wenn der Gurt längere Zeit hält und hängt. Und das ist wirklich, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und natürlich designtechnisch möchte ich auch nochmal zeigen, das wollen wir nicht unterschlagen, gibt es auch so kleine Feinheiten hier, wie dieses, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier dieser kleine Pin, hier diese Schraube, die dann rot ist. Also das sieht schon wirklich gut aus. Auch hier unten, die Nähte sind hier unten auch nochmal rot versetzt. Hier unten an der Befestigung. So, jetzt hat das genau. Also designtechnisch hat das Peak-Design wirklich wunderbar gemacht. Ich finde es gut, mir gefällt es wirklich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass man einen Kameragurt so intelligent einsetzen kann und ich werde es auf jeden Fall testen in nächster Zeit und werde euch auf Social Media auch mitnehmen. Da dürft ihr sehr gern reinschauen, auf Instagram, da gibt es ja meinen Kanal. Wenn ihr dort noch nicht drin seid und mir folgt, macht das unbedingt. Da gibt es regelmäßig Updates zu Technik oder zu Dingen, die ich gerade benutze, neue Ideen oder wo ich gerade bin und auch eben zu solchen Dingen. Und wenn ich da was zu sagen habe, gerade im Alltag, dann mache ich das meistens dort in Storys. Also ihr solltet mir dort unbedingt folgen, denn wer mir dort aufmerksam folgt und das beobachtet, der kann hier und da sich die Erkenntnis rausziehen. Beispielsweise ist das hier was für die Praxis oder vielleicht doch nicht. Und ich denke, es lohnt sich dort mal vorbeizuschauen und mir vielleicht dort auch ein Feedback zu geben, wie ihr das Ganze findet. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich. Ich hoffe, das war interessant. Und wie gesagt, schreibt mir gern in die Kommentare, welchen Gurt ihr verwendet, ob ihr dieses System schon kennt oder ob ihr in diesem Ökosystem Peak Design schon drin seid. Schreibt mir das bitte auch gern in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten lasst gerne ein Abonnement hier, einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.